Hallo liebe Metatrader 4 Trader Gemeinde. In einem der vorigen Videos habe ich Ihnen gezeigt, wie wir in einem Skript die Standardeinstellungen im Code geändert haben. Und das gilt natürlich genauso für EAs. Und jetzt haben wir die Sache, jetzt haben wir die Voreinstellungen in dem Skript zum Beispiel geändert. Und wenn wir das jetzt auf den Chart anwenden, zum Beispiel mit Drag & Drop, dann kommt immer noch diese Maske, dieser Eingabedialog. Und das kann natürlich gewünscht sein, weil Sie vielleicht nochmal querchecken wollen, dass alles passt. Oder vielleicht wollen Sie eine kleine Veränderung vornehmen, dass zum Beispiel nur die Pendingsorder, die nach 19 Uhr heute ausgeführt werden wollen. Aber wenn Sie das nicht möchten, wenn Sie sagen, ja guck mal, jetzt habe ich doch die Standardeinstellungen hier schon voreingestellt, jetzt ist doch blöd, dass ich trotzdem nochmal über diese Eingabemaske gehen muss, dann geht das ganz einfach, indem wir wieder in den Code gehen. Und ich zeige Ihnen, wie Sie dieses Hochpoppen des Eingabedialogs ausschalten können. Also gehen wir wieder in den Code, hier mit Rechtsklick ins Kontextmenü und dann auf Ändern gehen. Und dann sind wir hier in unserem Code. Gehen wir wieder ganz nach oben. Im anderen Video haben wir gesehen, diese Input-Parameter hier, wie wir die Standardwerte verändern können. Und jetzt geht es um diese Property, um diese Eigenschaft. Das sehen wir hier. Hashtag Property, Script Show Inputs. Und wenn wir das wegmachen, beziehungsweise wir machen jetzt einfach mal, damit wir uns nachher noch daran erinnern, wie das geht, wenn wir es wieder haben wollen, machen wir zwei Schrägstriche hier. Dann wird das ausgegraut und zum Kommentar. Das heißt, wenn wir jetzt auf Kompilieren gehen, dann wird ja dieser Code in Maschinensprache umgewandelt und alles, was als Kommentar notiert ist, also ausgegraut ist, wird einfach nicht kompiliert, geht nicht mit in den Code. Und das wollen wir jetzt mal in dem Fall. Also kompilieren wir es und dann schauen wir wieder in den Code zurück, in den Terminal zurück und sehen den Effekt. Das heißt, um den Effekt allerdings zu sehen, müssen wir hier, wir können die einfach mal ausführen hier. Den haben wir ja jetzt verändert. Und ich habe jetzt einfach mal doppelt geklickt und es wird sofort ausgeführt. Es geht nicht mehr über diesen Eingabedialog. Ja, und da hat man gesagt, es sind null Market Orders und null Pendings gelöscht worden, weil wir ja hier den Pending Order Filter vorgegeben hatten. Und damit Sie das sehen, wie das jetzt auch mal, wie das wirklich funktioniert, machen wir mal hier zwei Pending Orders rein in den Markt, hier auf dem Demokonto. Und wenn ich jetzt hier Doppelklick gehe, dann werden diese Pending Order rucki zucki gelöscht. Ja, ich sehe hier die Meldung, null Market Orders, zwei Pending Orders gelöscht. Wunderbar. Hervorragend. Also zur Erinnerung, wir gehen in diesen Code und wenn wir den jetzt wieder, also wenn wir diesen Eingabedialog wieder haben wollen würden, dann würden wir einfach diese beiden Kommentarschrägstriche löschen, neu kompilieren, zurück in den Terminal und dann bei Doppelklick, also bei Ausführung des Skripts, kommt dann dieser Eingabedialog wieder. Wunderbar. Damit, wenn Sie es zum Beispiel gezielt ausschalten wollen, weil Sie eben bestimmte Standardvoreinstellungen sich so zusammen programmiert haben, wie Sie es brauchen, können Sie eben zum noch schnelleren Trader werden, indem Sie hier sehr gezielt diese Skripte auf Metatrader 4 verwenden. Viel Erfolg beim Traden, gute Gewinne, gute Nerven, Ihr Christoph Ensslin von MindfulFX, Ihrem EA-Programmierer.